Pixel Junk geht weiter und zwar überall sind Blasen Blasen Blasn Mega Blasen und das noch nicht ist Lava. Wir sollten uns ein bisschen beeilen. Denn ich glaube nicht, dass die Lava irgendwas Halt macht. Ich hätte nicht gedacht. Komm, spuck aus, da, da, Ding. Spuck aus. Ja, die Lava kommt schon. Beeil dich. Gib Gummi da. Bleib hier. Nein. Oh Gott, ich bin bloß weg hier. Oh, was ein Stress, direkt in der nächsten Aufnahmesession hier. Ah, mein Gott. Was ein Stress. Aber wir sind wenigstens nicht mehr im Magen-Darm-Trakt oder im Magen-Darm-Projekt. Uah. Ich meine, hey, cool. Geil. Geil. Geil gestorben, auf jeden Fall. Oh, ich muss entschuldigen, ich muss noch ein bisschen. Ein wenig kränklich, aber ich bin noch nicht der Besserung. Nehmen wir auf. Nehmen wir auf. Sei ein braves Raumschiff. Sei ein braves Raumschiff. Was ist da unten eigentlich? Ist da unten irgendwas? Ne, okay. Sollten auf jeden Fall Wasser besorgen. Oha. 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 Das haben wir schon Wasser für uns. Sehr schön. Jetzt noch mehr Wasser. Bonusraum. Jawoll. Ein Bonusraum mit einem Schutzschild und da hinten liegt ein Diamant. Ich sehe schon. Mein Gott, das Vieh ist aber auch riesig Gibt's doch gar nicht So, da ist der Diamant Zwei von vier Sehe ich noch irgendwo einen Wahrscheinlich auch unten irgendwo Vermutlich, ah, da hinten sehe ich schon einen Auf der linken Seite Da ist noch einer, dann haben wir ja unsere vier Und das sieht nicht gut aus Das sieht nicht gut aus Überall blasen, überall blasen, überall Überall blasen, überall blasen Überall blasen, überall blasen Jetzt weiß ich auch, warum das so heiß Überall diese Verdammten Kann man denn die Blasen wegschießen? Man kann sie wegschießen, das wüsste ich gar nicht Bringt uns das denn was? Yay Natürlich Na toll Jetzt schießt der auch noch Lava hier runter Hurra Yeah Den Diamant nehme ich aber noch mit So Auf geht's Ratzi fatz ins nächste Level Oh nein Ich hab die schlimmsten Befürchtungen Bewahrheiten sich gerade Schon wieder so ein Pac-Man Level Und ihr habt ja in den letzten Aufnahmen Habt ihr ja gesehen, ich mag das nicht Ich mag den Hungeranzug nicht Das ist überhaupt nicht mein Ding So Aber man muss hier so ein bisschen nachdenken Und ihr wisst ja Reflex und nachdenken Nee, das klappt nicht ganz Reflex und nachdenken Das ist nicht so seine Welt Naja Ich gestehe es ja wenigstens ein Uah Boah Uah Okay Hallo 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 Boah Was ist hier los Hier stürzt ja alles ein Aber das hab ich glaube ich grandios gelöst Wenn ich das richtig mal Demals mal so sagen darf Hilfe, Hilfe Ja, Hilfe kommt sofort Wenn der Reflex hier mal durchkommt Uah Uah Und da hinten sind auch noch Uah Da hinten sind ganz viele Uah Uah Okay Zack, 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 zack So schnell geht das Uah Und da nehmen wir den Diamanten mit Und da nehmen wir noch die Krone mit Die jetzt hier irgendwo Hallo Durch die Gegend fliegt Kollege, ich rette dich Bin schon da Bin schon da Okay, da geht's nicht lang Da nehmen wir eh weiter Da wartet ja schon wieder Oh, da hinten ist schon wieder Lava Oh mein Gott Das ist wieder mit Nachdenken Oh nein Oh nein Was ein Fail von mir Meinerseits aus Tschüss Mach's gut Gute Reise Grüß mir den Mann im Mond So Gibt's den Bonusraum? Nein, gibt's nicht Okay Hier müssen wir lang Oh, die Lava füllt sich Und die Lava füllt sich Und die Lava füllt sich Wir müssen hier Und das sieht nicht gut aus Oder? Na ja doch Blub, 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 blub Ach, da ist die Tür Ich dachte schon Wo ist die Tür hin? so Pac-Man mein Gott bist du nicht neben mir und pennt als wenn nix wär aber siehst du das nicht, wir gehen hier gerade im Magen unter hallo, achso wir haben ja schon ein Schutzschild wow, wow, ja toll wie soll man, wow ganz großes Kino, überall blasen bis jetzt hat man noch, kaum noch, nein bis jetzt hat man noch so gut wie gar keine Blasen großartig, also nur ganz wenige, wenn dann überhaupt und wenn dann sind die uns nicht irgendwie schwierig vorgekommen oder haben uns Probleme gemacht großartig die einzige, die uns Problem machen, sind die Viecher hier, die an die Wänden krabbeln und uns das Leben hier schwer machen das Leben, das Leben schwer machen aber Gott sei Dank sind wir nicht mehr im Magen-Darm-Trakt da war ja das Übelste von allem wo die Scheiße von den Wänden gekommen ist ich muss es einfach mal so sagen denn es war ja, es war ja so, was ist das jetzt kommen die Blasen jetzt kommt die Blasen jetzt müssen wir hier ganz schnell verschwinden oh ja, aber so schnell wie möglich verzieht euch, 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 verzieht euch ich habe jetzt mal Diamanten gesammelt ich habe jetzt gar nicht drauf geachtet wahrscheinlich nicht, ne? ihr werdet mir das sagen können wie gesagt, schreibt es mal in die Kommentare eigentlich eigentlich bettel ich da da nicht so gerne drum aber wenn ihr da Lust drauf habt, könnt ihr gerne unter dem Wies mal was schreiben ich werde mir das dann mal durchlesen ein Level Up, sehr schön den retten wir mal da oben, ihr Kollegen ich habe jetzt noch keinen einzigen Diamanten gesehen das ist auf jeden Fall das letzte Level von diesem Bereich wow okay jetzt sind es viele Blasen jetzt sind es ganz, ganz viele Blasen und ich schieße und 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 die Blasen gehen einfach nicht weg ah, die kommen eh wieder die Blasen so Und da geht die Tür auf. Zu unseren Kollegen. Das war natürlich nicht so sehr intelligent. Das müssen wir nochmal ausprobieren. Hallo, hallo, ich will fliegen. Ich will fliegen. Fliegen, fliegen in die Richtung. Ja, 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 ja. So, in die Richtung. Und in die Richtung. Nein, 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 nein. Da wollte ich doch gar nicht hin. So ein bisschen aus, wie wenn ich... Och, nee, ne? Och, nee, ne? Das glaube ich jetzt nicht. Jetzt ist doch tatsächlich die Tür zugegangen. Also, so müsst ihr euch vorstellen, wenn ein Reflex in der Wanne sitzt. So viel Blasen entstehen da auch immer. Natürlich vom... vom Schaumbad. Also nicht jetzt, was ihr jetzt denkt, natürlich. Vom Schaumbad. Ja. Ja, wir müssen ja so schnell wie möglich mal jetzt hier... Los, 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 los. Oh, Gott sei Dank. Da geht die Tür schon wieder zu. So, äh... Äh, 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 äh... Wie kommen wir denn jetzt da hin? Äh, 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 äh... Ja, Hilfe ist gut. Ah, okay, alles klar. Ja, 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 ja. Ja, super. Toll. Hallo. Kannst du mal... Kannst du mal da, da weggehen? Ach, nee, ey. Wie soll das denn funktionieren? Achso, man kann den erschießen. Sag doch doch mal einer. Und den auch. So, jetzt aber. Huiiii. So. Hier wird wahrscheinlich auch ein Diamant runter sein, oder? Oder ist es da? Komm, bis jetzt haben wir doch gar keinen einzigen gefunden. Das ist ein bisschen merkwürdig. Wahrscheinlich da in diesem... Ah, in diesem Blubberbad ist wahrscheinlich irgendwo einer. Wir brauchen ja noch ein paar, ne? Das letzte Level. Und das ist ja, glaub ich, das letzte vor dem Hauptlevel. Ah, 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 ah. Die Weck da. Doch noch mal da. Ah, ah, ah! Weg, 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 weg. War hier oben irgendwas? Ne, da sind wir, glaube ich, gekommen, ne? Ich werde trotzdem noch mal mich hier oben sehen. Vielleicht... Dann hab ich hier irgendwas... irgendwas übersehen schauen wir mal ein bisschen ist aber irgendwie ist sie nichts also blub 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 bin ich im blind hier irgendwie die diamanten zu sehen oder hallo hallo so blind kann ich doch gar nicht sein oder oder ist hier irgendwas naja jetzt ja eine insel da super also war klasse aber da ist nur einer oder ist hier hinter noch einer blubber blasen wieder menge blubber blasen hallo blubber blasen ja hier war einer so ab zum ausgang hallo ich weiß gar nicht welche folge das mittlerweile ist ich glaube wir sind schon mittlerweile glaube ich schon weit über über 17 oder so glaube ich und wir haben den bereich freigeschaltet sehr schön das sieht ein bisschen aus wie der after böser parasit ja und was da in den bösen parasiten vor sich geht seht ihr in der nächsten und vielleicht in der finalen folge also macht's gut ciao ciao